Ich hatte eine Verspannung seit einer Woche gehabt und Schmerzen. Und ich war hier auch restriktiert. Und jetzt habe ich gespürt Gewicht von Herrlichkeit. Und jetzt hat sie einfach das Gewicht der Heiligen. Und jetzt ist es alles vorbei. Alles Schmerzen. Für fünf Jahre konnte sie nicht ihre Hand auf der Seite legen. Genau. Und jetzt? Und jetzt? Fünf Jahre! Fünf Jahre! Wow! Jesus! Liebe Jesus! Was ist gerade passiert? Als wir gebeten haben, hast du deine Hand da hingetan? Ja, meine Hand... Ich habe so viele... Sie hat ihre Hand in ein anderes Platz. Sie wusste nicht, wo sie sie legen. Wie viel Schmerzen hattest du? Wie stark war der Schmerz? Skala von 1 bis 10? Also 10. Also... 1 bis 10. Das ist 10. Und so, wenn ich wehrte... Wie fühlte du dir eine strahlende Sensation? Hast du ein merkwürdiges Gefühl gehabt dabei, als es gerade passiert ist? Ja, also ich habe ständig das Schocken gehört. Jesus war... Ich habe das Feuer gespürt. Ja, und sie fühlte das Feuer. Und so, was war das ein Unfall gewesen, warum das ein Problem war? Nein, ich habe 15 Jahre Kraftsport gemacht. Und die Ärzte haben gesagt, da kann man nichts machen. Ich habe mich zu viel Gewichte einfach gerufen. Und sie hat gesagt, dass wir nichts machen können. Sie hatte zu viel Gewicht, als sie hier war. Nein, 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 nein! 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 Nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Nein, nein. Für was hast du die Kröten gebraucht? Sie hat einen accident at work. So, you had an accident? Yes. And what happened to you? Was ist die Präsident? Deutsch. She just fell down the staircase. And she cut her tendon. And you said you couldn't put weight on your foot. And now she can put weight on it. And now she can put weight on it. Surprising. And has the pain gone? How bad was the pain before? Sure. 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 It was also the leg. And it's been tense. Very tense. This on my heart. Yeah. You were always open to the head. Yeah. Yeah. And I was all attacked in my mind. And I was all attacked in my mind. And God has strength in my heart. And now his power is gone. See if you're going to touch you. Yeah. I'm through pain before we enter the city. There are so many ce Bombasers' tension in my foot. USB. Wanderers, engine in my chest, pump fertilizer, East limit, pump, temp. Do it go? Do it go? Do it go? He said that you can't need them too in Jesus name. Untertitelung des ZDF für funk, 2017